Jo Leute, Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar nicht alleine, ne? Hallo? 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 Ja, Alter, ja. Ja, was war's denn? So, wer ist denn alles mit dabei? Der Bauer. Der Bauer. Bauer 9 holen. Ich bin dabei, ihr kennt mich bestimmt. Wenn nicht, dann ist mir scheißegal. Ungespielt. Ungespielt. Und ja, das bin ich. Hallo, ich bin's German Lesmin. Ja, auf jeden Fall. Was hast du jetzt gesagt? Es gibt zwei mal! Du schockst, Alter. Geil. Der Junge. Ich muss jetzt mal sterben. Achso, ich kann ja... Nein. Wir können's 1G1 kriegen! Was ist denn los? Da machen wir Essen! Da machen wir Essen! Geil! der Playlist vor allem auf der Hälfte der geben sich jetzt mehr umarbeitet nicht offen warum er keine Lust hat dabei hat es was das an zum Arschloch wo ich habe es gefunden das sind die Vorhinein so eine Hälfte genau dass euch gleich geht ich bin der die Hälfte und wir haben heute erbauen ja ist auch was wir mit dir Prozent mann erhältlich das kommt er hat er dann als er heute fachbar ich baue mit Passien und wir waren so und wir haben und ich wollte eine und er hat leider eheming oder wollen nein ich habe schon gesagt dass ich alleine bohre für den gm stv er geht er in zur riebe das hat sich hier ist gdp ist die buchstaben vertreten ist so läuft das was willst du von mir bei dem Weg so ich habe jetzt schon gleich mal jetzt aber zwei Schwerter mal danke jetzt kannst du ein stecker ja hier bitte danke so und wir treuern uns jetzt am anfang erstmal nicht sondern hat wer gesagt so ja nach verfolgen übrigens immer gar nicht aufgaben ich wollte das fly geben mit älter heute sagt bei mir und jetzt meine maus nicht freuen jetzt habe ich schon bis heute meine verkackte maus ich muss mir jetzt ein ofen und dann brenne ich mir acht eisen wahrscheinlich kaut sich immer meine kohle die da ist noch auf die acht eisen denn schon her war das ist meine kohle die habe ich auch zuerst gesehen ich habe sie schon vor am anfang gesehen ja komm mal nur hier zehn jahre rumgelaufen bist und alles hat es nein hier was viel geileres eigentlich gefunden wie geht es nicht da war und auf jeden fall da war jetzt wird 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 mein witz er hat uns ja nicht ja egal soll ich von der sportpunkt hat gegeben naja natürlich kürzlich tötete mal so ein paar fücher bitte ganz sicher weil das meine eisen das meine eisen das meine eisen wenn wir dann die hälfte da ist ein reisiger was man ja ich gebe dir ein eisen ab ich habe jetzt ein meister mann der wien dann gibt es doch nicht was schon so es gibt ja dann auch was kommen wir ja 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 wir bauen zusammen okay nein er kann nicht wir haben nicht mehr gestechen das geht aber nicht ich habe wir schon genug eisen es ist viel zu groß der höhle ich gehe lieber raus ich gehe hier lieber da ist gerade was drin ich auch essen ich auch machen wir eigentlich pausen oder machen wir einfach zwischen einfach durch ja genau eine aufnahme session von einer person geht es die dreiviertel stange haben wir ausgemacht so aber ich meine ob wir durch machen oder naja und erst mal auf wollten dann auch jeder pause macht nein ich meine nach jeder folge ich denke wir nehmen ein stücker und stein das dann zusammen und esel ich habe gleich mit zombies und gg mein fisch meins 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 ok hier lädt sich gerade erstmal in die welt auf du kannst jetzt meinen oberen läuft hier schon weg alle wir sollen heute zusammen laufen ja lass mal zu denen dann das später bauen ich brauche jetzt keine rüstung kriege ich meine pgx wieder was ich habe deine nicht das ist deine du hast mir noch geschenkt was ich eben auch ist das schon was sie aufgenommen ich auch das Leben ich wollte essen jetzt hat er schon meine meinunger zu können das ist auch ich hoffe es ist ja er sei sehr gut gelaufen ich kann den Ding auf mir als ergegangen hat tödlich ab der es in einem aber zum Beispiel ich muss erst in den Ofen mitnehmen wenn du bist du ich glaube so war auf den Metz ist das in den Ort an ne und ich hatte ja was und so ein Stück Prozent nach dem Wasser er war ein Mann Kronter Kohl war hier ist auch noch Kohle ich brauche Essen die Probe und das ist ja eigentlich Ballas auf dem Berg geboren Kretel das ist voll geil aus das wollte ich machen ich wollte nämlich nicht seit jetzt nicht gesperrt und das ist unser Haus und das ist jetzt unsere Zauern das ist unser ich war auch im Berg und ich war nicht vor allem in den Berg an alle F in die Berge mehr über ein normal wer das hier bei der Verlangen umdrauchst du bist du hast eine Erbicke auf dort das haben wir schon weggelaufen nein ich bin noch bei euch in der Nähe was wollte eigentlich ist sicherlich auf meiner Karte ich bin auf deiner Karte kann ich dich nicht sehen die Linie muss ja auch so der lustige Partner ach so Apropos Moschel naja wir lieben ihn alle wir hassen ihn alle ja Pasche wenn du das siehst ihr nicht ne Pasche wollte hat keinen Bock mehr von uns und ist jetzt einfach gegangen der wird nie wieder was mit uns zu tun haben aber naja ist eine Sache was er immer er hat er hat einfach so gewählt er hat drum geweint dass er sagt er ich äh weiß ich nicht Pasi komm mir zu ich komm mir zu ich komm mir zu Pasi in wer bin ich was oh Gott ja der scharfe ich hab ne ist ein Schwach das ist ein Schweine ich brauch essen man ich hab nur noch drei ich kann nicht mehr mehr sprinten ich brauch auch essen ich hab Schweine gefunden wo bist du denn hin ich seh den ich dachte wir wollten auf dem Berg bleiben aber du bist weg bin ich doch auch ich seh den auf Celebi bin auf dem Berg ich bin im Schnee ich will nicht im Schnee ich will nicht im Schnee der Ritsche ja ich seh dich oh cool was seid ihr denn wir irgendwo essen auf der Karte ist ich euch bei der Bauch hä ich hab gar keine Karte drin aber ich hab mir jetzt grad nen Allwurm die sind links von uns also die sind äh wenn du warte er nimmt grad eigentlich auf ich jetzt nicht sei sie auf diesem Steinberg ja ich bin auf dem anderen Berg ach so ja okay dann gehen wir auf einen anderen Berg nein dann komm ich durch naja aber der ist hier eh scheiße der Berg hier lass auf deinem Berg gehen ja wir wollen wir wollen ja alles zusammen also nicht so weit auseinander deswegen weiß ich nicht wo die anderen bauen wollen hat jemand essen für mich da unten seh ich jemanden das ist das nigger ich sehe ja ich kann nicht sprinten ich ich verhunger glaube ich gleich kannst du nicht verhungern hat jemand einen Ofen ja äh ich kann einen machen ich habe einen ich habe einen ich habe einen ich habe einen Ritschi aus in der Werbung auch nicht ich hatte Ritschi ja Ritschi kommen wir hier auch nach unten oder Ritschi ich mach grad einen für Ritschi wie komm ich hier da hoch Alter oh da ist Fleisch 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 in der wilden Natur und ich ich hätte jetzt hier hoch und ich glaube wir nehmen sollten die Kohle die die Kohle hier komplett mitnehmen aber da seid ihr ihr habt ihr essen wir machen gerade welches ich habe zwei und nein hier in den Berg ist locker eine Höhle wegen Kies Kohleverlust so ich alter egal jetzt meine Kohle Kürz ich wollte zum ersten Versuch die Europäische Nacht und die Nacht der muss die Sorge aber auch was von mehreren machte sehen welcher zu wollen ich bin ja genau ich glaube ich glaube ich mache mir gleich meine Dings oder macht doch ein von einem in den Omen sollen eine Iron Chess Plate noch einfach noch in den Ofen erst mal essen und meist der Wot-to-fuck einfach macht doch einfach neuen Ofen da willst du das Essen auf hatte hier der Wot-to-fuck warum hab ich fremdorps als es war zuvor kein Sinn irgendwie oh Junge so viel Kohle ich hasse das ich brauche Gott es geht nacht gell ich würde ein provisorischer Fücher ich hab mich hier schon eingebunkert ich muss erst mal diesen gebraten geh nicht in mein Essen ja wir sind wir wollen wir sind Kollegen hier ich brauche Essen von jemandem dann nimm von Richi der vier ja genau also ich brauche auch Essen gibts mal jetzt Essen her mag jemand Essen tauschen Essen gegen Eisen ich verziehe mich jetzt nein oh Scheiße jetzt ist er schon mega dunkel ich dachte wir wollen jetzt zusammenbauen oder? hier wird mein Essen geklaut also ich gehe noch mal auf meine Sachen naja ich hab von neuen Fleisch hab ich 5 bekommen super hier sind noch noch welche von dir drin egal nein ich hatte andere so egal ja hier gebe ich hier meine nö nö aber ist doch scheiße wenn du wegläubst dann bringt es ja gar nix und noch an der selben stelle bauen gut gemacht Posse ja du glaubst das ganze Fleisch nein ich hab doch Steins wieder gegeben 5 stück von 9 Junge ich weiß ganz genau wie viel ich hatte äh ich hab ein äh Ding drin auf Deutsch äh ich kann einfach nichts machen bei mir hängt einfach alles und dann baue ich jetzt bisschen weiter ich bin einfach runter geflogen toll hä? ja wieso läufst du? glaub nicht dass es absichtlich war ja glaub ich auch nicht dass er freche dann fragst du ja so ruhig hier hallo hört man mich? ja na klar ey ich bin einfach runter geflogen und ich sehe einfach keines Hörer mehr nice oh ich mach mir jetzt ein Feuerzeug was ist das? oha mit der Angst nicht was? du feurige Hase oh hörte ne richtig heißer ich hab schon 25er-Pink das ist natürlich sehr richtig schlecht gell auch man hier ist so viel Kies das heißt halt dass dann eine Höhle ist es kotzt mich ein bisschen an äh ich verstehe das gerade nicht könnte sein dass man nicht wirklich was sieht also ich hab hier meine kleine Undercoverails aber ich brauche ich wollte weg ich muss unbedingt weg von den die Klopp ist schon zu viele Sachen wo ich komm nicht mehr drauf hat man nicht überhaupt ja ja ich hab mir leck dir alle und ich komm hier am Server ach mal was ist das? ja jetzt ist wieder alles da was soll die Köhle lege ich einfach runter ist deine Kohle? das ist meine ey wo bin ich? was fühlst du hier Junge? seid hier oben auf dem Berg? lau mir das nur an Juge was denn du hast mir schon Sachen geklaut ich kann dich nicht mehr trauen nein hier ist glaub ich nur Höhle lässt kurz mich an so äh 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 eures Ha.. äh 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 das ist einfach eine klassische Reihung wo kann ich wo eigentlich die Fragen hier ja warte nix passen kann ich ja nicht wissen komm wohin denn? ich muss ich komm nicht hoch oh ey ey ja ich will dich hoch bauen ob mich zu schlagen? ja weiss nicht was machen wir jetzt? äh komm mal mit warte nimm mal ein bisschen Kohle mit Kohle können wir immer gebrauchen hab immer ich hab voll viel Kohle wir müssen uns mal irgendwo einbauen wenn wir einfach hier reinbauen das hört es nicht an wo? ja einfach reinbauen ja als Notlösung jetzt oder? richtig nein für die Nacht so wann ist denn die Nacht? oh ich hör schon das geletze ja ich hör die ganze Zeit so mir ist es nicht schlimmer da oben da oben rette dich